Wen haben Sie denn da mitgebracht, direkt? Ich habe heute zum ersten Mal meine feste Freundin Katha mitgebracht. Also nach drei Jahren endlich mal wieder eine feste Freundin. Hätte man bei mir nie gedacht, aber schlussendlich hat es perfekt geklappt. Ich war auf einer Halloween-Party kennengelernt von Sam vor zwei Monaten. Und ja, jetzt ist sie meine Freundin. Katha, wie kann man das Herz dieses Mannes erobern? Sehr viel Humor auf jeden Fall. Man muss sehr viel tolerieren. Aber ansonsten, das ist ganz schnell und leicht. Ein lieber Mann ist das auf jeden Fall. Was sind seine Vorzüge? Der Humor ist am wichtigsten. Er ist ein totaler Spinner, macht jeden Blödsinn mit. Man hat sehr viel Spaß zusammen. Ich glaube, Dr. Sinser hat sehr, sehr viele Vorzüge. Nicht umsonst finden ja viele Frauen ihn gut. Dementsprechend hat sie eine sehr gute Entscheidung getroffen. Wie werden Sie Weihnachten verbringen? Ich würde gerne mit ihr fallen, aber sie ist in Nizza. Ich glaube, sie hat den Urlaub schon zwei Jahre vorher gebucht. Ich werde bei meinen Eltern sein, aber wir werden sehr, sehr viel FaceTime machen. Ich werde sehr viel an sie denken. Und jede Sekunde, wo sie nicht bei mir ist, ist für mich eine schlimme Sekunde, eine traurige Sekunde. Weihnachten mit den Eltern, gibt es da Traditionen? Wie schaut das aus? Bei mir gibt es immer eine Tradition. Ich bin immer bei meinen Eltern. Familie ist für mich alles. Ich habe schon immer gesagt, Familie steht bei mir an Number One. Und dementsprechend sind meine Familie immer die, wo ich als Erster hingehe, wenn es solche Feierlichkeiten gibt. Ganz geil.